Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command in Konkala... Ach, der Sibirium-Konflikt Remastered auf Seiten der Bruderschaft von Nott. Ganz genau, liebe Leute, und ja, wir waren ja beim letzten Mal und haben Mission 7 geschafft. Und dann geht es jetzt weiter, direkt mit Mission 8 nach Sair-West-Neubau-Optionen. Alles klar, dann würde ich sagen, genießen wir mal die Cutscene, Leute. Die Menschen in den TDI-beherrschten Gebieten leiden verstärkt unter Atemwegsbeschwerden. Tiberium hat auch erhebliche negative Auswirkungen auf positronische Gehirne sowie auf das menschliche Immun- und Fortpflanzungssystem. Noch unbekannt ist das Ausmaß der Tiberium-Schäden an der menschlichen DNA. Ja, Nott-Analytiker haben berechnet, dass innerhalb von drei Jahren drei von fünf Menschen Antiberium-Schädigungen leiden werden. Übertragung beendet, bitte warten. Gut gemacht. Langsam wirst du wirklich Keynes Liebling. Wie wäre es, was hältst du von einem Platz im Führungskader von Nott? Du bist doch bestimmt ehrgeizig genug für einen Auftrag von ehrfurchterweckenden Ausmaßen. Dein Ziel ist dabei so geheim, dass nicht einmal Kane etwas davon weiß. Denn die Macht wandert schnell in der Bruderschaft. Ich habe mir erlaubt, deine Einheiten in die Staaten zu verlegen. Kane war immer zu zackhaft, um die USA anzugreifen, aber ich weiß, jetzt ist es Zeit. Und du bist der Richtige. Das hier ist das Pentagon. Ein kompletter Frontalangriff mit deinen stärksten Einheiten sollte ihr Militär... Ja, die Macht wandert schneller, als so mancher glaubt. Ich bin Kane. Während ich deine Truppen aus den Staaten zurückbeordere, möchte ich, dass du diesen verlassenen GDI-Stützpunkt sicherst. Sobald du da bist, bau Waffen und Androiden. Und feg damit die restlichen GDI-Truppen zusammen. Oh, und äh... Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Ja, mein lieber Kane. Genau, Leute. Das war die Wachablösung. Ähm... Wir haben... Wir empfangen unsere Befehle jetzt von... Kane. Tatsächlich, Leute. Und, äh... Wir kriegen direkt mal einen Vorgeschmack von dessen, was er hier... Was er mit uns vorhat. Schaut euch das an. Wir kriegen einfach nur ein paar Männiken. Und mehr ist nicht am Anfang. Ja, toll. Oh Gott. Oh Gott. Leute. So. Na gut, dann zieh den... Ah... Die vier Männiken müssen diesen Panzer da platt machen. So, Leute. Und ja, Leute. Seth ist nicht mehr... Ähm... Ganz genau, Leute. Weil Seth... Ja. Der wurde von Kane erledigt. Ganz genau. Und wir haben hier... Eine kleine Basis. Aber wir können damit nichts machen. Und das ist der Scheiß, Leute. Wir können damit nichts machen. Das heißt, wir müssen diesen Bauhof verkaufen. Wir müssen ihn verkaufen. Und mit diesem Hubschrauber hierhin jetzt. Gut. Leute. Dann würde ich sagen, hier bauen wir noch mal zwei Invasoren. Genau. Und da würde ich sagen, mache ich mit den Einheiten hier jetzt erstmal da hinten die Männiken platt. Ganz genau, Leute. Die erste Mission unter dem Befehl von Kane. Und, äh... Ja, das ist schon ordentlich schwierig. Och, nein. Okay, das war's schon. Scheiße. Da war die Mission schon erledigt. Wenn der Hubschrauber nämlich kaputt geht, haben wir es verkackt. Das ist einfach so. Gut. Dann werde ich jetzt einfach hier ein bisschen vorsichtiger agieren müssen. Okay, Leute. Gut. Aber die können ja trotzdem da drauf ballern. So. Aber... Ja, genau. Seht ihr? Feindlicher Soldat. So, dann muss ich jetzt hier mit den Einheiten mal ein bisschen hauswirtschaften. So. So blöden Grenadiere von denen eh wirklich... So. Den Schützen. Den Schützen wegmachen. Diesen Grenadier da hinten wegmachen. Und die anderen gehen bitte auf den Panzer. So. So, Leute. Komm schon. Den Schaft hier schon, oder? Den Panzer. Sehr schön. Da ist der Heli. Ah, Mission 7, Leute. Mission 7. Und seht ihr das? Irgendeine Geschütztürme bauen. Geil. Gut. Aber den Bau... ...werde ich erstmal verkaufen, tatsächlich. So. Und... Genau. Die gehen hoffentlich alle nacheinander rein. Genau. Invasor. So. Zwei Invasoren bitte. Und ich denke ich. Oh Mann. Ja. Und... Ja, dann müssen wir das nochmal hier versuchen. Möglichst schnell. Was ist denn mit dem Sammler los, ey? Wieder total verbuggt hier. Aber gut. Einfach hier unten. Genau. Einfach abladen. Und dann würde ich sagen, nehme ich mir jetzt die Einheiten hier noch mit. Wir sind verständlich. Verständlich. Dann würde ich nämlich gleich, wenn der Sammler hier drin ist, genau. Ja. Wir das GDi-Gebäude nehmen, mitsamt Sammler. So, Leute. Es wäre gut, wenn ihr da jetzt mal reingehen würdet. So, jetzt habe ich nämlich einen GDI-Sammler auf meiner Seite. Ganz genau. Könnt ihr mal da reingehen, bitte? Was macht ihr denn da so lange? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit dafür. Die Energie kann ich aber mitnehmen, genau. Die Energie kann ich mitnehmen, liebe Leute. Und dann würde ich mal sagen, baue ich hier meine Energie auf. Ach du Scheiße. Ach du Scheiß. Leute, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich habe schon wieder nicht gespeichert. Shit. Ich wollte es doch eben noch gespeichert haben. Ich hatte den Gedanken im Kopf. Mission 7, ja, speichere ich mal. Ja, von wegen. Nix ist. Mann. Ja gut, egal. Machen wir das jetzt nochmal vernünftig hier. So. Schießt du mal bitte da unten drauf. So. Dann geht immer bitte. Hier, ey. So, macht mal die nächsten Einheiten da platt, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Ich muss das ein bisschen koordinierter angehen hier, ey. So, Leute. Dann. Da. Grenadier direkt wegmachen. Toll, ey. Grenadier, ey. Ihr macht so viel Schaden. Jawohl. 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 staunlich gut gelaufen. Okay. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich hab's doch eben geschafft, Mann. Seid ihr denn bescheuert, Leute? Ihr seid doch blöd, wirklich. So, jetzt macht dieses Maniken da oben den Arsch. So. Bam. Bam. Wir treffen nicht jetzt. Okay, Leute. Renadier. So. Ähm, weitermachen. Schritt für Schritt hier. Äh. Renadier. Und ihr macht den dann noch platt. So. Gut. Dann zieht immer bitte das Feuer von dem Panzer auf euch. Na, verdammt. Ja, gut. Das ist aber okay. Das ist in Ordnung. Den kriegen wir auch so platt. Genau. Okay, dann würde ich sagen, speichern. Mission 7. Not. Oh, Mann. Okay. Gut. Ähm. Moment mal. Moment mal. Ich hab da gerade eine andere Idee. Wenn ich den Bauhof nämlich behalte. Oh, ne. Ich hab kein Geld. Geht nicht. Scheiße. Und ich hab keinen Invasor gekriegt. Was soll das denn? Oh, genau. Oh, mercy. Mercy is for the weak. So, Leute. Dann. Nimm mal die ganzen Manneken. Äh. Ich hab doch drei gebaut. Was soll denn das? So, dann. Lad die mal aus. Lad die mal aus. So. Gut. Dann krieg ich nämlich jetzt vielleicht sogar noch. Ach, schade. Die Sammlerladung krieg ich jetzt nicht mehr. Aber egal. Mach ich jetzt zumindest erstmal hier die ganzen Manneken platt. So, Leute. Dann hab ich... Geht ihr mal da rein? Was zum Teufel. Was zum Teufel. Ach, da sind die KKK-Kanadiere. Ach, scheiße. Shit. Ach, Mensch. So. Mercy is for the weak. Jetzt verpasse ich wieder eine Sammlerladung wegen dem Kack. Naja, gut. Ja, das ist... Das verpasse ich wieder, ne? Ja, lasst euch Zeit. Oh, Mann, Leute. So. Die beiden Raketentypen, die kriegen diesen Grenadier. Ja, ja. Die beiden Raketentypen, die kriegen diesen Grenadier. Klar. Oh, Mann, Leute. Das kann doch nicht sein. Jetzt geht ihr da bitte rein. So. Sehr schön. Und du jetzt bitte direkt da rein. Du da rein. Ach, du Scheiße. Das sind ganz schön viele. Das sind schon wieder viel zu viele. Nee. Okay. Shit. Wie viele stehen denn da rum? Sagt man. Wie viele stehen da rum? Okay. Leute. Und gut. Den Bauhof. Ja, wobei. Nee, geht ja nicht. Was hab ich jetzt doch so? Geht ja nicht. Ich hab ja kein Geld. Ich muss den ja verkaufen. Das ist ja so kacke. Oh, Mann. Gut. Dann lade ich aber erstmal meine Einheiten da hinten ab. Du auch, bitte. Ich will nicht noch mehr Geld ausgeben, aber muss ich wohl, ne? Gut. Dann muss ich mich halt besser darauf vorbereiten. So. Leute. Die Muck ist geil. So. Schön Militär hier. Und hier. Zack. Geht ihr mal da drauf? So. 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 Okay. Gut. Leute. Dann geht ihr mal da rein. Die Sammlerladung kriege ich natürlich nicht. Definitiv nicht. Sondern ich muss erstmal hier dafür sorgen, dass ich hier genug Verteidigung habe. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein. So, Leute. Und immer bitte da hinten hin. Der Hubschrauber kommt mal da hin. So. Schnell, 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 bevor der Sammler wiederkommt. Da ist er nämlich schon. Ach, verdammt. Ja, gut. Das ist aber kein Problem. Die Mannigen, die da kommen. Okay. Dann muss ich die nächste Ladung abwarten. Okay, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal. Mission 7 Nord. Und dann hätte ich nämlich wirklich ganz gerne diesen GDI Bauhof. Da oben stehen die Grenadiere rum, ne? Mach die mal platt hier los. So. Leute. Wenn der Sammler wiederkommt, perfekt. So. Den da rein, den da rein und den da hinten rein. So, Leute. Weiter geht's hier. So. Wir können Verteidigungstürme bauen. Schaut euch das an. Energieniveau? Hm, eigentlich nicht. So. Und schon können wir hier direkt unsere Verteidigung aufbauen. Schaut euch das an. Ein Verteidigungsturm. In Rot. Auch geil. So. Wir können eine Werkstatt bauen. Wir können eine Werkstatt bauen. Ich glaube, das ist ein GTI-exklusives Gebäude, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall speichere ich das Ding erstmal. So, Leute. Luftangriff. Ja, ich glaube, den kriege ich jetzt auch. Muss ich aber mal gucken. So, Leute. Dann Kraftwerk nachbauen. Ja. Und ja, dann... Verkauft das Ding. So. Ist da eine Brücke? Ah, die ist kaputt. Ich wollte schon sagen. Ist doch keine Brücke. Und... Kaserne. Genau, Leute. Manneken. Schon dabei. Ja, gut. Äh. Die kann der Sammler gleich platt fahren. So. Tatsächlich. Ja. Äh. Äh. Lass mal. Gut, Sammler. Dann fahr die platt. Waffenfabrik, Leute. Schaut euch das an. Wir können eine TDI-Waffenfabrik bauen. Das heißt... Wir kriegen Kampfpanzer. Jawohl, Leute. Wir kriegen Kampfpanzer. Die großen Dinger. Die sind hier die heftigen. Jawohl. So. Wurst zur... Okay. Okay. Zwei Jeeps. Interessant. So. Ja, dann macht ihr die mal platt da. Los. So. Die Jeeps sind weg. Boah. Wir haben keine Kohle. Das ist doch wohl nicht wahr. So. Ich finde dieses Sammler sogar nicht. Also diese Zange da. Zack, zack, zack. Richtig cool. So. Ja, die frisst schon einiges an Geld, muss ich sagen. Gut, Leute. Ähm. Ah, hier ist ja schon das nächste. Da ist ja schon das nächste Feld. Und dann? Äh. Das sieht so geil aus. Schaut euch das an. Der Sammler. Voll verpackt da drin, ey. Oh, Mann. Naja, gut. Egal. Jedenfalls. Och, nö. Die Sammler hier, Leute. Das ist nämlich ein Ding. Die Sammler hier. Die heilen sich nämlich nicht. Boah. Was zur... Ach, du Scheiße. Was zur... Ja, muss ich laden. Tut mir leid, Leute. Muss ich laden. Äh. Gut, da darf ich nicht hin. Okay, ich verstehe schon. Die Sammler hier, wie gesagt, die heilen sich nämlich nicht. Und das ist ja genau der Scheiß, also... So, dann brechen wir die Werkstatt ab. Ich brauche direkt eine Waffenfabrik, Leute. Ich brauche direkt Panzer. Die Werkstatt, die kann ich mal ein andermal bauen. Ja, 1200. Das ist viel zu teuer, das Ding. So, einfach direkt Panzer bauen. Erstmal verstecken. Ich glaube, so ist auch der Weg des Spiels gewollt. Dass man sich hier erstmal ein bisschen versteckt. Und sich mal Schritt für Schritt hier aufbaut. Ja, gut, die Manneken, die kann der Sammler platt fahren. So, schön drüber. Sehr schön. Und das könnt ihr ja platt machen. So, einfach weiter sammeln. Keine Zeit verlieren. Und direkt hier Panzer M1. Schaue ich das an. Der Standard-Alliierten Panzer in Komane Kunkar. Geil, Leute. Wenn ich die ersten beiden Panzer habe, dann werde ich mal einen zweiten Sammler bauen. So mache ich das jetzt. Jetzt mach. Reparier doch. So, dann muss ich halt immer klicken. So, ich habe einen Panzer, Leute. Schaue euch das an. Einen GTI-Panzer. Einen fetten hier. So. Dann. Schön Schritt für Schritt weiter bauen. Schaut euch das mal an. Die kosten hier 800. So. So, weitermachen. Los. Sehr schön. Gut, dann kommt er nämlich gleich da oben mit dem Panzer, ne? Die kosten 800 hier, ey. Das ist schon. Jawohl. Das ist eigentlich genauso teuer wie im anderen Komane Kunkar auch. Im Alarmstufe Rot. Da ist der Panzer. Schaue sich das an, ey. Lächerlich irgendwie. Naja, gut. Ich kriege den nicht fertig. Ich kriege den nicht fertig. Scheiße, Mann. Dieser Panzer. Ja, gut. Aber das ist kein Problem. Das schaffst du. Komm. Das schafft ihr mit vereinten Kräften. Ja. Sehr gut. Okay, dann habe ich gleich meinen Zweigpanzer. So. Einfach Panzerbau hier. Diese Zange. Zack, zack, zack. So. Das kann nicht sein, Leute. Da ist noch ein Panzer. Ja, toll. Scheiße. Fuck, ey. Das kann doch nicht sein. Noch ein Panzer. Komm schon. Boah. Er hat da noch mehr Einheiten, ey. Das ist schon übel, ja. Muss ich sagen. Komm, Sammler. Nein. Ach. Verdammt. Was versucht der denn da? Okay. Auf die Waffenfabrik. Natürlich das voll richtige Ziel hier. Und, ja. Dann würde ich sagen. Reparier das Ding, ey. Mann. So, ich habe einen zweiten Panzer. Das muss doch jetzt gut werden, Mann. Ja. Hier ist die Kohle hier gleich nämlich weg. Anderthalb-Panzer, weil der ist ja halb im Arsch. So. Ein bisschen bewegen mal. Gut, nochmal speichern. Mission 7, not. So. Warte. Oh nein. Manniken. Luftangriff. In Ordnung. So. Aber das haben wir relativ gut überstanden. Muss ich sagen. Komm. Jetzt haben wir drei Panzer. Jetzt kann ich doch mal an einen Sammler denken. Hier, ey. 1400. Jawohl. Bildmittel unzureichend. Papp, papp, papp. In Ordnung. Das ist gut. Das Sibirum sieht geil aus. Hier, schaut mal. Zack, zack. So. Perfekt. Dann können wir mal die drei Panzer da losschicken. und mal ein bisschen erkunden. Ein bisschen erkunden. Ach, das ist sogar noch nicht mal so viel. Verdammt. Okay. Naja, gut. Das finde ich cool hier, dass man hier so ziehen kann. Das hatten wir bei Alarmstufe Rot nicht, glaube ich. Interessant. Na gut. Komm. Werd mal weiter voll hier. Zack, 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 zack. Und zack. Hä? Wo fährst du denn hin? Nein, nein, nein. Hör auf. Fahr mal wieder in die Basis zurück. Aber erstmal hier. Und zack. Genau. So. Oh ja, lauft ihr mal durch das Tiberium. Ist schon in Ordnung so. So. Und hier drei. Perfekt. Mit Jeeps kommt da jetzt an. Ja, ja, klar. Ach du Scheiße. Äh. So. Oh Mann. So. Komm her. Dann hör auf. Dann bau einfach weiter Panzer. So. Alles klar. Wo willst du eigentlich hin? Auch dahin, ne? Auch dahin. Okay. Gut. Lass den Grenadier halt durchs Tiberium laufen. Schau dich das an. Schau dich das an. Nein, nicht das Tiberium wegschießen. In Ordnung. Das ist nämlich das Blöde hier. Das Tiberium hier kann weggeschossen werden. Konstruktion 30. Gut. Noch im Panzer. Danach werde ich dann. Radar bauen. Ganz genau. Radar. Ja, ich weiß. So. Gut, liebe Leute. Aber da die Folge jetzt zu Ende ist, würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und lasst die Glocke klingeln. Und wie es hier weiter geht, liebe Leute, sehen wir beim nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.